herzlich willkommen zu meinem neuen video ich weiß kam auch längere zeit erst mal gar nix mehr hatte rückenprobleme und so jetzt seht ihr hier die beta von cod ich habe schon ein paar runden gezockt ja ich glaube ich habe drei runden gespielt ich kam absolut gar nicht klar kann ich euch jetzt schon sagen weil die steuerung ein bisschen anders ist als im modern warfare und ja ich würde jetzt mal sagen wir suchen jetzt direkt mal schnelles spiel und dann geht's rund let's go so also eigene klassen habe ich mir soweit schon gemacht aber ich kann noch nicht viel upgrade ich spiel zurzeit die mp5 weil ich bin mp spieler und ich muss auf jeden fall sagen das ist sehr schwierig und also ja das fühlt sich so komisch an aber das ist jedes cod das braucht immer eingewöhnung zeit was warten auf weitere spieler zucker es geht los mal gespannt jetzt also die runden liefen jetzt zurzeit nicht gut kann ich euch direkt am anfang mal sagen ab geht's und ich zock auf dem pc also es tut mir leid wenn ich jetzt ab und zu mal ein bisschen ruhiger bin weil ich muss mich da jetzt immer noch ein bisschen rein fuchsen ich kenne die maps noch nicht und da geht es ja schon los warte das ist leute das nur der vorführeffekt jetzt gerade jetzt gleich sterbe ich wieder aber man merkt schon dass man dieses black ops feeling hier hat das auf jeden fall ja weil manche sagen ja auch das bo4 jetzt wenn sie die ganze zeit mw gespielt haben das bo4 sich anfühlt so schwammig wo bist du verlieren den vorteil ach ich verliere gar nichts feindliches spionage flugzeug über euch in position wow man lädt aber auch viel zu lange nach finde ich aber ich muss sagen das treffer feedback ist macht macht süchtig auf jeden fall man keine muni mehr man fuck you das treffer feedback ist geil also das ist satisfying auf jeden fall wir übernehmen die kontrolle von wo die kommen hinter uns und leute endlich ist die minimap wieder da seht ihr die minimap ich blend ihr euch jetzt ein hey ich treffe gar nichts hier der lebt einfach immer noch nur oh mein gott die sind dahinten das war vielleicht jetzt keine gute idee direkt hier rein zu laufen man ja wie holt er mich denn und ich finde es gut dass man auch direkt wieder spawnt wenn man stirbt nicht wie ein mw dass man erst von der vogelperspektive dann direkt runter also so ihr wisst ja was ich meine von der vogelperspektive darunter hier ist man halt ja der ist von was werde ich denn ach mal hier spionage drohne bitte oh ich liebe es alter endlich wieder eine normale minimap nein mann 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 geht viel zu langsam nach alter viel zu langsam das muss tack tack gehen und nicht da fünf jahre nachladen ich hab ne scheiß mp alter und kein sturmgewehr oder lmg oder so digga kack mp dauert länger nachzuladen als wo sind die pisser denn ja von der seite aber so an sich muss ich sagen äh sieht das sehr gut aus grafisch äh muss ich jetzt ganz ehrlich sagen hätte ich mehr erwartet aber es ist auch jetzt nicht ähm weiß ich nicht so ein meister weg es ist ja man merkt dass es von der engine her von mw ist naaa ich nehm mal ne andere waffe jetzt hier wisst ihr also man kann es mit mw vergleichen vielleicht einen tacken besser so aber jetzt auch nicht die die äh ähm ähm weiß ich nicht das krasseste grafikdingen aber woran ich mich noch gewöhnen muss komm jawoll woran ich mich noch gewöhnen muss ist einfach dass man nicht doppelt sprinten kann man springt also man sprintet einmal ja komm ne ich ich muss ne guck mal wie lange guck mal wie lange man nachlebt mann jetzt wenn ich ne scheiß nade werfe mann kommt der pisser da um die ecke mann kann der nicht drei sekunden später kommen guck mal wie lange man nachlädt ey das ist jaaa kommt also man wirft auf jeden fall viel länger nades und dings und man muss man muss auf jeden fall mit dem aim bisschen klarkommen ja der hat wieder bambus leitung der eine kommt jetzt von hier jaaa 22 12 gespielt kann man machen ich hasse diese map da ist jetzt schon wieder schmutz hier mit diesen tannen man sieht absolut gar nix äh man hat auf jeden fall dieses lange rutschen wieder oh dieses kill based matchmaking ey es macht einfach auf dauer keinen spaß du hast mal eine gute runde also das hier ist der größte schmutzhaufen den es gibt hier oh mein gott nee ich hasse die map nehm ich lieber ne andere hier die schon wieder kreislaufprobleme hier seht ihr was ich meine man sieht die gegner nicht die kommen auf einmal aus allen ecken geschossen und dann ja hasta la vista baby das wars dann wieder komplett die 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 Untertitelung. BR 2018